Die VVT FlexiRate, das 10 plus 3 Zonenguthaben für Gelegenheitsfahrerinnen und Fahrer, bringt Sie günstig ans Ziel. Laden Sie die kostenlose VVT-Ticket-App im iOS- oder Android-App-Store herunter, um Ihr FlexiRate-Guthaben zu kaufen und zu verwalten. Und so einfach funktioniert das. Öffnen Sie die Ticket-App. Klicken Sie links oben im Menü auf Unser Ticket-Angebot und VVT FlexiRate. Anschließend einfach die gewünschte Menge in den Warenkorb legen und per Banküberweisung oder Kreditkarte bezahlen. Schon kann das Guthaben beim nächsten Kauf eines Einzeltickets verwendet werden. Bereits bei Ihrer nächsten Fahrt können Sie auf Ihr Guthaben zugreifen und Zonen daraus einlösen. Hierbei lassen sich auch mehrere gekaufte FlexiRates problemlos kombinieren. Bestimmen Sie wie gewohnt Abfahrt und Zielort. Wählen Sie anschließend die gewünschte Fahrt aus und legen Sie diese in den Warenkorb. Hier können Sie nun direkt unter dem angezeigten Gesamtbetrag aus Ihren verfügbaren FlexiRates wählen. Diese werden anschließend von Ihrem Fahrpreis abgezogen. Auf Jetzt bezahlen klicken und Sie erhalten umgehend Ihr digitales Ticket. Jeder FlexiRate bietet Ihnen 13 Zonen zum Preis von 10. Die verbrauchten Zonen werden einfach von Ihrem FlexiRate-Guthaben abgezogen. Verbleibende Zonen stehen Ihnen für die nächste Fahrt zur Verfügung. Ihr restliches Zonenguthaben finden Sie im Menü unter Meine Gutscheine. Wir wünschen eine gute Fahrt! DGBT 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 Vielen Dank.